Ja, das Thema E-Learning ist auch in aller Munde und was die wenigsten wissen ist, dass wir von Sios Consulting schon seit mittlerweile über zehn Jahren auch E-Learning-Kurse anbieten, sei es für die eigene Weiterbildung von Personen, die im Bereich der Unternehmenssicherheit oder des Notfall- und Krisenmanagements tätig sind, als auch für groß angelegte Awareness-Kampagnen im Unternehmen. Und dafür haben wir vor einigen Jahren unsere Marke, unsere Plattform sicher-gebildet.de herausgebracht und darum soll es in diesem kurzen Video gehen. Die Frage hat uns vor kurzem erreicht, ob wir dann vielleicht mal einen kurzen Einblick geben können, was wir dort an Themen anbieten, wo man die Themen als Übersicht findet, wie man das Ganze buchen kann und was es hier eigentlich auch für technische Möglichkeiten gibt. Und darum soll es in diesem kurzen Video gehen. Also wer sich für das Thema Unternehmenssicherheit, Krisenmanagement und E-Learning bzw. Weiterbildung, Wissensvermittlung interessiert, der sollte jetzt dranbleiben, denn ich gehe in diesem Video kurz darauf ein. Ja, wie gesagt, wir haben unter sicher-gebildet.de haben wir unsere Themenseite und wenn Sie hier auf den Reiter E-Learning-Schulungen klicken, dann gelangen Sie im Prinzip auf unsere Gesamtübersicht. Hier auf dieser Webseite ist auch ein entsprechendes Shop-System hinterlegt. Das bedeutet, wenn Sie sich beispielsweise hier für das Thema IT-Sicherheit interessieren und sagen, Mensch, ich möchte hier meine Beschäftigten zum Thema Grundlagen der IT-Sicherheit weiterbilden, haben Sie die Möglichkeit zum einen natürlich hier zunächst einmal herauszufinden, ob unser Angebot überhaupt zu Ihrem Anliegen oder Ihrem Grundgedanken passt. Das bedeutet, wir bieten unsere Trainings in verschiedenen Sprachen an, gehen hier nochmal auf die Ziele und die Inhalte der Schulung ein, haben hier nochmal einen kurzen Überblick zu der Zielgruppe und der Dauer. Und wenn Sie sagen, ja, das sagt mir grundsätzlich zu, dann haben Sie hier die Möglichkeit, direkt über den Shop die Trainings zu erwerben und Sie kriegen dann personenbezogene Zugangsdaten übermittelt und können dann quasi direkt 24-7 an jedem mobilen Endgerät diese Schulung durchführen und kriegen natürlich auch am Ende der Maßnahme für Ihre Beschäftigten einen entsprechenden Nachweis. Genau, aber IT-Sicherheit ist nur eines von vielen sicherheitsrelevanten Themen. Wie gesagt, wir haben auch das Thema Informationssicherheit, Notfall- und Krisenmanagement, Reisesicherheit, Wirtschaftskriminalität. Es geht weiter mit den Themen Gewaltprävention, also Bedrohungsmanagement an Arbeitsplätzen mit Publikumsverkehr, betriebliches Konfliktmanagement, also Notfall- und Krisenvorsorge, Verhalten in extremen Gefahrensituationen, also wie Erpressung, Entführung, Geiselnahme, Amoklauf, Terroranschlag. Sie sehen eine große Bandbreite an verschiedenen Sicherheitsschulungen, Sicherheitsunterweisungen im E-Learning-Format. Wir haben auch spezielle Themen wie zum Beispiel das Thema Luftsicherheit mit dabei oder die Sicherheit von Hafenanlagen und Schiffen im internationalen Bereich. Hier gibt es den sogenannten ISPS-Code oder auch das Thema sichere Lieferkette mit der AIO-Sicherheitsunterweisung. Auch hier, wenn Sie sich davon angesprochen fühlen oder auf der Suche sind nach entsprechenden Unterweisungen, dann sind Sie bei uns auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Wir bieten grundsätzlich ausschließlich E-Learnings im Bereich Sicherheit, Krisenmanagement und in ähnlichen Bereichen an, denn die Lerninhalte sind natürlich von versierten Experten von Seos Consulting aus den Fachbereichen der Sicherheitsberatung und des Notfall- und Krisenmanagements entwickelt. Wir haben die Möglichkeit, die Kurse auf zwei verschiedenen Wegen bereitzustellen. Und zwar zum einen gibt es die Möglichkeit, hier haben wir auf unser entsprechendes Factsheet. Wir haben die Möglichkeit, über sogenannte webbasierte Einzelzugänge, quasi über den Shop im Prinzip, so wie ich es Ihnen gerade aufgezeigt habe, die Zugänge bereitzustellen. Das heißt, Sie bestellen das E-Learning, Sie erhalten von uns den Schulungszugang, absolvieren das Ganze und kriegen am Ende noch die entsprechende Bescheinigung. Und für alle Betriebe, wir haben ja auch größere mittelständische Kunden und Konzerne als Kunden in diesem Bereich. Wir sind auch in der Lage, unsere Kurse im sogenannten SCORM-Format, das ist ein internationales Austauschformat für Lerninhalte, für digitale Lerninhalte, bereitzustellen. Und auch hier, wie gesagt, wenn Ihnen das was sagt, SCORM-Format, dann sind Sie auch bei uns an der richtigen Adresse. Das heißt, alle Kurse können auch entsprechend angepasst werden. Wir führen auch an individuelle Beratungen durch. Das heißt, wenn Sie sagen, Mensch, ich würde gerne meine Belegschaft zum Beispiel zum Thema Grundlagen der Unternehmenssicherheit unterweisen und regelmäßig schulen, da haben wir auch jederzeit die Möglichkeit, eben über unsere Beratungsexpertise diese Themen für Sie auch individuell noch mal zu erweitern, zu kürzen, in verschiedene Lerneinheiten zu unterteilen. Also je nachdem, welches Ziel Sie im Rahmen der Wissensvermittlung oder der Sensibilisierung verfolgen, bin ich der festen Überzeugung, dass wir hier schon einiges abdecken können und Sie dabei auch gut unterstützen können. Genau, das soll es im Prinzip auch schon an der Stelle gewesen sein. Wer den Fokus noch mehr auf das Thema IT-Sicherheit zum Beispiel legt, dem empfehle ich zum Beispiel auch hier unsere Einzelmodule. Also wir haben dann im Prinzip im Bereich der IT-Sicherheit auch noch mal noch viele weitere Themen parat. Wie gesagt, schauen Sie gerne mal rein, sicher-gebildet.de und dann hier auf den Reiter eLearning-Schulung. Das ist immer unser aktuelles Angebot, was wir für Sie parat haben. Und wer sagt, wie war das jetzt noch mal gleich mit den Zugängen? Ich habe hier noch mal Fragen. Dazu gar kein Problem. Wir haben hier noch einen Reiter Fragen und Antworten. Da gehen wir noch mal darauf ein, wie erhalten Sie Ihre Zugangsdaten. Ich möchte mehrere Teilnehmer anmelden. Kann ich die Schule auch zwischendurch unterbrechen? Also auf die Fragen geben wir hier eine Antwort. Und sollten Sie noch mal spezifischere Fragen haben oder noch mal genaue Informationen benötigen, haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, hier unseren Support zu kontaktieren. Wir helfen Ihnen dann gerne weiter. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte damit so ein bisschen Klarheit und Informationen geben, was wir eigentlich hier noch zu bieten haben. Ja, ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Falls nicht, würde ich mich über die Nachricht freuen. Ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute. Ihr Michael Blaumoser von Sios Consulting.